Klar, mach ich, ja. Hey, kannst du mir mal erklären, wie ich zur Crenshaw komm, Mann? Hör mal, du Vogel, beweg deinen verkrusteten Arsch hier weg. Mann, ich lutsch dir auf deinen Schwanz, wirklich. Was erzählst du mir da? Ich werd dir auf deinen Schwanz lutschen, Kumpel. Gut. Okay, du machst jetzt folgendes, Kumpel. Geh vor zur Ecke, dann ungefähr drei Blocks runter vor der Ampel rechts und schon bist du auf der Crenshaw. Ah, gemeint. Schon gut. Ja, ja.